Salut! Schön, dass Sie wieder da sind. Parles-tu français? Auf diese Frage werden Ihre Schülerinnen und Schüler schon bald mit «bien sûr» antworten. Damit Ihre Lernenden schnell ins Sprechen kommen, hat sich Cornelsen einiges überlegt. Die Atelier-Seiten am Ende einer Reden-Unität trainieren die mündliche Kommunikation auf echt-französische Art. Kommen Sie mit, ich stelle Ihnen den Geheimtipp unserer Redaktion genauer vor. Insgesamt gibt es im neuen Aplus drei verschiedene Arten von Atelier-Seiten. Das Atelier-Prononciation stellt das Aussprachetraining in den Vordergrund. Es sensibilisiert die Schülerinnen und Schüler und motiviert zum Nachsprechen. Auf diesen Atelier-Seiten wird auf Silben- und Wortebene die richtige Betonung geübt. Das Atelier-Theatre fördert das freie Sprechen und interkulturelle Lernen durch szenisches Spiel. Sketche, Comics, Kurzgeschichten und Fabeln dienen als Vorlage für die Schülerinnen und Schüler, um eigene kurze Stücke aufzuführen. Unsere eigenen Atelier-Seiten La France en VO bieten Aufgaben zu authentischen Interviews und Filmen aus Frankreich. Besonders stolz sind wir auf unsere Kooperation mit dem französischen Fernsehsender TV5MONDE. Ihre Klasse erlebt original französisches Filmmaterial und bearbeitet hierzu leicht lösbare Aufgaben. Bei so einer Vielfalt an Übungen werden Ihre Schülerinnen und Schüler die richtige französische Aussprache ganz schnell lernen. Und der Spaß kommt garantiert auch nicht zu kurz. Bis zum nächsten Mal. Au revoir!